Zufrieden mit Bauch, Brust und Po? Hätten Sie auch gerne einen durchtrainierten und definierten Körper? Damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es die Onka-Poffreuter-Fitness-Schule. Schon 5 Minuten Workout in der A. Reichen, um einen Hardbody wie Tante Onka zu kriegen. Aber von nix kommt nix. Deshalb Leute, ran an die erste Übung. Für eine definierte Wampe muss die Bauchmuskulatur trainiert werden. Und die liegt meist tief unterm Fett. So, Hände hinterm Kopf, die Beine anwinkeln und jetzt mit dem Kopf Richtung Knie. Boah, das reicht erst mal. Diese Übung 20 Mal wiederholen und die Silberfische verschwinden aus dem Bauchfalten. Das kann ich aber versprechen. Jetzt erst mal ein Kippchen und dann kümmern wir uns um einen knackigen Bratarm.